Ja, jetzt. So, hallo, wir sind jetzt hier in Berlin, Prenzlauer Berg. Woran kann man das erkennen? Das kann man daran erkennen, dass der Fernsehturm hier wirklich in sehr erkennbarer Nähe ist. Und wir sind jetzt hier Sennefelder Platz. Das kann man daran erkennen, dass jetzt hier der U-Bahnhof ist. Das ist zwei Stationen oder drei vom Alexanderplatz entfernt. Zwei. Und hier hinten ist der Sennefelder. Das ist der Typ, der sich verdient gemacht hat, um die Erfindung der Lithographie. Hier geht es raus Richtung Pankow. Und hier gegenüber ist der Pfefferberg. Das ist ein ziemlich großes Brauereigebäude. Und was wir jetzt machen, ist, wir gehen auf die andere Straßenseite, gehen dann hier die Straße runter und dann rechts rein. Wie heißt die Straße gleich noch? Lottom-Straße, glaube ich. Nein, Lottom-Straße nicht. Färbeliner Straße. Und dort befindet sich das Stadtteilzentrum, das von der Pfefferwerk-Stadtkultur-Gesellschaft bewirtschaftet wird. Jo, und von da melden wir uns dann wieder. Okay. So, wir sind jetzt hier ein paar Schritte die Sennefelder Straße runtergegangen. Und wir haben also hier, wo ist das Schild, die Färbeliner Straße. Und wie sehr das im Zentrum ist, kann man daran erkennen, dass also hier im Hintergrund zu sehen ist, da die Kuppel, der Berliner Dom. Und unter den Linden, und hier kann man sehen, wo ist das gleich, naja, hier am Baugerüst, Moment, Moment. Und, ja doch, hier ist der Brannseeturm. Aber nur noch die Spitze, weil wir schon so nah dran sind. Kann man also sehen, wirklich in Richtung Zentrum. Und was wir jetzt hier machen werden, ist, wir gehen hier ein paar Schritte die Färbeliner Straße hoch. Da vorne kommt dann rechts der Teutoburger Platz. Und dann kommt auch schon links bald das Stadteilzentrum. Und, ja, hier sollte es langsam ruhiger werden. Und was mir an dem Teutoburger Platz relativ gut gefällt ist, jedenfalls war das mal ein Eindruck von vor einiger Zeit, dass der Teutoburger Platz, obwohl das natürlich schon Innenstadt ist, also touristisch noch nicht so überlaufen ist. Wobei ich mal vermute, dass die Gentrifizierung, also auch hier natürlich, Einzug gehalten hat. Das kann man unter anderem auch an den vielen Neubauten sehen. Hier links ist die Heiligkreuzkirche. Ja, da geht immer Wolfgang Thierse hin, der ehemalige deutsche Bundestagspräsident. Und ich wusste auch mal eine Zeit lang, aber das ist jetzt nicht so wichtig, in welcher Reihe er sitzt. Okay, wir melden uns gleich wieder. So, und jetzt sind wir hier auf der Ecke Ferberliner Straße. Hier sind wir gerade an der Kirche, von da kommen wir, sind wir gerade an der Kirche vorbeimarschiert. Das hier ist die Christinenstraße. Hier ist auch schon, ich zoome mal rein, das Stadtteilzentrum. Das kann man hier, genau, das ist es, hier an den Faden erkennen. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Da ist auch das Logo. Und das, was hier interessant ist, ist, hier auf der rechten Seite, Sybille ist im Weg. Der eigentliche Teutoburger Platz, das kann man so ein bisschen erahnen, so. Der ist relativ groß, hat auch eine Wiese, hat auch eine Spielwiese. Hinten im Hintergrund müsste man, könnte man das Platzhaus sehen. Das, was da zum Vorschein kommt, das machen wir mal in einem Extrafilm. Hier hinten ist die Rückseite vom Pfefferberg. Pfefferberg, aber jetzt hier Richtung, ja, Stadtteilzentrum. Genau, hier kriegt man jetzt so ein bisschen eine Vorstellung vom Platz. Im Hintergrund das Platzhaus. Scharf ist natürlich jetzt was anderes. Das liegt wohl an der automatischen Einstellung. Der kann sich jetzt nicht finden. Was denn? Der kann sich jetzt nicht finden, weiß ich. Ja, ja, ja. Genau, das muss man dann vielleicht doch mal zusammenschneiden. So. Ja, Parkraumbewirtschaftung haben wir hier. Das heißt, man kann nicht so ohne weiteres reingehen. Und hier sind wir jetzt vor dem Stadtteilzentrum. Ein großes Haus hier in der üblichen Höhe. Und das muss man sich so vorstellen, da gibt es ja noch einen Seitenflügel und einen Hof. Und das ist jetzt hier der Eingangsbereich. Und da gehen wir jetzt mal hinein. Hier haben wir auch noch ein paar Informationen zur jüdischen Geschichte. Das kann man mal hier bei Gelegenheit vertiefen. Transparente Einfahrt hier. Eingang. Eingang. Dahinter kann man schon den Hof ahnen. So. Ja, das werden wir mal klingeln und reingehen. Das, dass wir gerade irgendwie nicht so können... Aber das ist, finde ich wunderbar. Und das ist ja noch ein großes Fall.